Musik 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 Das Besondere an Elektro für uns ist, dass wir unsere Motoren selber bauen können, dass wir die Möglichkeit haben, mit einem Allradkonzept zu fahren und sehr viel zu lernen. Wo hat man sonst die Möglichkeit in seinem Leben einen eigenen Motor zu bauen und zu sehen, wie man Spulen wickeln muss und wie das alles funktioniert. Es ist einzigartig bei so einem Projekt und es ist einzigartig in der Form der Spiele. Die BOSCHTEDAZE uns mit unseren Sensoren, die uns braucht, um unsere Engines zu fahren. Sie geben uns auch technische Unterstützung und auch Plätze zu testen. Hier in Boxberg in Deutschland und in Anglsee in Box Australia. Dann hat man als Student die Möglichkeit, so tief in den Motorsport reinzugehen wie hier. Und es macht einfach mördermäßig viel Spaß. Das ist die Hauptsache und nebenbei lernt man halt auch kaufen.